US-Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly haben sich verlobt. Sie hat Ja gesagt, schreibt Kelly am Mittwoch in einer Instagram-Story und postet ein kurzes Video von einem Smaragd-Diamantenring an der Hand der 35-Jährigen. Die Transformers-Schauspielerin verlinkt ihrerseits auf ihrem Instagram-Konto ein Video von dem Heiratsantrag. Kelly geht in dem Video vor ihr mit dem Ring auf die Knie und sie küssen sich. Im Juli 2020 haben sie unter diesem Baum bereits gesessen und sich Magie gewünscht, schreibt Fox. Die Beziehung hat ihnen viel Arbeit und Opfer abverlangt. Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen, haben mehr gelacht als ich mir je vorstellen konnte und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Sie hat Ja gesagt, schreibt dann Kelly mit dem Datumshinweis vom 11. Jänner und dass die beiden das Blut des jeweiligen anderen getrunken haben, um die Verbindung zu besiegeln. Die Schauspielerin und der Rapper mit bürgerlichem Namen Colson Baker haben sich 2020 am Filmset von Midnight in the Switchgrass in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach 10 Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren. Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine 12-jährige Tochter.